Willkommen zurück zu Darksiders Folge Nummer 69. Immer noch im eisernen Dach, wo wir in der letzten Folge einige Schätze gesammelt haben. Wir wollen aber noch ein paar mehr. Und ich bin ja gerade in der letzten Folge irgendwie in ein Loch gefallen. War bestimmt ganz schön clever. Naja, ist ja nicht so schlimm, denn das Gute daran ist, dass uns der Weg jetzt genau zu der nächsten Schatztruhe einfach führt. Die wir uns schnappen wollen. Ja, ich hätte ja gerne noch ein Meister-Artefakt, ne? So ein, zwei, drei Stück. Da ist die Treasure-Chester. Die haben wir bestimmt gefunden und das ist nur so eine dumme Heilungstruhe. Nehme ich mal an. Oder auch nicht. Wo ist die denn jetzt? Über uns? Unter uns? Ist ja alles doof, ne? Also in den Schatten sehe ich sie auch gerade nicht. Aber ich habe eine Idee. Sie ist wahrscheinlich über uns. Aber wir müssen hier einfach nach hinter uns fliegen. So, genau. Wie konnten wir das bloß übersehen? Kriegspracht macht den Benutzer zu einem Meister-Umgang mit Waffen. Damit erhöht sich Kriegskönnen im Kampf. Geil, das ist bestimmt wieder so eine legendäre Fähigkeit, oder? Kriegspracht setzen wir direkt auf die Handschuhe. Ich habe keine Ahnung. Jetzt will ich aber doch nochmal gucken. Ein Kampfge- Achso, das ist bla bla bla. Erhöht drastisch das Chaos, das durch den Chaos-Fresser gewonnen wird. Erhöht drastisch das Chaos, das durch andere Nahkampfwaffen gewonnen wird. Erhöht drastisch den Gewinn an Waffenerfahrung. Oh, okay. Alter, geil. Oh, guck mal, wie geil das jetzt aussieht. So rot mit... Oh, da ist das übel. Das ist ja richtig übel. Geil, das hat sich mal richtig gelohnt. Wie heißt das Ding nochmal? Kriegspracht? Kriegspracht, alter. Alter, richtig geil. Ach ja, diese Kletterpartie, ich erinnere mich. Alter, Kriegspracht, Mann. Ich will ausprobieren, ich will ausprobieren jetzt. Ich will jetzt ausprobieren hier. Lass mich ein bisschen kämpfen. Oh ja, Gegner, hallo. Ich glaube, wir sind auch schneller jetzt dadurch. Kann das sein? Zack, zack, boom, bam. Komm runter jetzt, die dumme Spinne. Oh, geile Attacke. Oh, geil. Sweet. So, was fehlt nun noch? Diese eine Truhe hier links da irgendwo. Wie komme ich denn da nochmal hin? Also ich muss jetzt doch wieder zurück hinter uns. Äh, da. Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal wieder zurück. Tut mir leid, aber es hilft nichts. Muss sein. Dann haben wir auch irgendwann das eiserne Dach fertig. Also diese eine Truhe jetzt noch. Wie kriegen wir die denn? Ich habe noch keine Idee, aber wir schaffen das bestimmt, hoffentlich. Ich habe ein bisschen Angst. Vielleicht auf. Ihr habt kein Anrecht hier zu sein. Obwohl doch, ihr seid cool. Ihr bringt ja meine Waffenerfahrung. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, fast gar nichts. Oh, fast gar nichts. Hat er jetzt irgendwas gebracht? Weiß man nicht. Egal. Wird schon was bringen. Müssen wir eh machen. Wir brauchen die Waffenerfahrung. Wir wollen Chaosfresser auf der höchsten Stufe haben. Das war Beats. War nicht los, Dick, der Beats. Ah, hier geht es ja auch wieder los mit den Spinnen. Alter, das war eine ganz schön dicke Kombo. Alter, weiter. Zack. So, was war das jetzt? Ist das der richtige Weg? Noch mal schnell auf die Map luschern. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Komm mal runter hier. Die sind da richtig schön am Abknuspern, die Viecher. So, und hier einfach down gejumpert oder so. Alter, hört auf jetzt. Hier habe ich doch auch schon wieder Knusper, Knusper gehört. Ah ja, stimmt. Hallo, 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 hallo. Und da hinten ist noch mehr hallo. Kommt her, ihr süßen Schnubbelchen. Wir haben ein Hühnchen zu rupfen. Huah. Huah, war nicht schlecht. Kann man nichts sagen. Was ist das da jetzt? Wenn ich hier jetzt durchgehe, was war das nochmal für ein Raum? Äh. Ja, sieht gut aus. Ist genommen. Führt uns nämlich dahin, wo wir hinwollen. So, Alter. Schön Schatztron jagen. Das war hier, das muss irgendwo hier sein. Also, da wollen wir jetzt nicht runter, weil dann sind wir am Arsch. Weil dann sind wir am Arsch. Aber wo ist die Schatztruhe? Wo? Ich glaube, wir müssen tatsächlich einfach nur uns rüber schwingen. Und dann ist sie gleich auf der anderen Seite. Äh, äh. So. Zack, 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 zack. Hier runter. Und dann hier rüber. Dann hier rechts. Und dann da. Da müsste sie doch jetzt eigentlich gleich stehen. Nee. Hier sind wir ja schon völlig woanders. Oder nicht? Oh Mann, wo ist die Truhe? Können wir da hoch? Nee, ne? Nee, ist auch Quatsch. Haben wir jetzt eigentlich unseren Begleiter dabei? Ja. Wie in drei Teufels Namen konnte ich bloß bei dir enden? Geht dich gar nichts an, Arschloch. Äh. So. Hä? Äh. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Eier kaputt schlagen? Nur ein kaputtes Ei ist ein gutes Ei. Ah, wie kommen wir da jetzt an die Schatzkohle ran? Das ist ein bestimmtes Fuck oder so. Die gibt's gar nicht. Doch da drüben. Ah. Aber wie kommen wir da hin? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Verdammt. Na toll. Hier ist nichts. Da oben können wir nicht rein. Jetzt bin ich doch wieder hier runtergefallen. Na toll. Scheiße. Wie kriegt man die? Wie kriegt man die? Kacke, Mann. Kacke, Mann. Ich weiß es doch auch nicht, wie man an diese Schatztruhe kommt. Das ist doch echt blöde. Und dann fall ich da wieder rein. Ich will den ganzen Scheißweg nochmal laufen. Kacke. Kacke, Mann. Kacke. Das war knapp. Ich will sagen, wir schaffen das wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Ich muss mir mal was überlegen, wie wir da dann rankommen. Das mache ich aber bis zur nächsten Folge dann mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir verprügeln noch ein paar Spinnen. Jetzt ein bisschen Frust ablassen. Guck mal her. Da drüben sind auch noch ein paar. Wir verprügeln jetzt noch ein paar Spinnen für den Rest der Folge. Und dann überlege ich mal bis zum nächsten Mal, wie wir da vielleicht weiterkommen können. So. Was machst du denn da? Swoog, Swad, Swaddle, Ewad. Ah, ja. So ein Kack, Mann. Wie kommen wir da bloß ran? Diese Schatztruhe. Ich habe sie noch nicht einmal gesehen. Ich weiß gar nicht, wo sie sein könnte. Oder wie man da rankommen könnte. Kein Plan. Keine Peilung. Scheiße. 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 Schatztruhe. Mhm. Na ja, du Mistvieh. Geil. Ja, okay, also in der nächsten Folge kriegen wir die Schatzruhe irgendwie Ich muss nochmal rauskriegen, wie man die kriegt Ich gucke mir das nochmal offscreen ein bisschen an und dann checken wir in der nächsten Folge mal aus, wie man an diese Schatzruhe rankommt Scheiße, Mann Das muss doch irgendwie gehen Ja, die Spinnen sagen es mir auch nicht Gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute Ciao